Peppi, ey, was machst du da? Warum hast du denn eine Brille auf? Ja, mega ein Film, ey, was ist los? Was für ein Film? Der Film, dass es jetzt losgeht, und zwar der VR-Brillen-Prank? Ja, Mann! Also, Teil 1 und Teil 2 gibt's ja schon, und jetzt seid gespannt auf den nächsten Teil. Ich würde mal sagen... Ja! Ah! Oh, F**k! Ah! F**k! Hab ich euch getroffen? Nein, das ist hier die Sache getroffen. Ich bin nicht dagegen gelaufen. Ja. VR benutzt man mit zwei Kontrollern, dass man nach vorne geht, sodass ich da vorne renne. Du ziehst nicht die Brille auf, als du... Ja. Du ziehst nicht die Brille auf, als du... Du ziehst sie nicht auf, läufst in den freien Raum herum. Aber in der Realität tust du dir weh, wie hier. Das ist ja mal mega gefährlich, aber trotzdem danke. Man benutzt doch nicht so deswegen. Das ist ja ... Das hat ich mir das nicht ausgesucht. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Nein! Ich hab doch gar nichts getan. Ich hab doch gar nichts getan. Rollst du denn? Ah! ARD Text im Auftrag von Funk Wir haben gerade ein bisschen Spaß mit versteckter Kamera. Versteckte Kamera. Guck mal, Kamera. Kamera, da, der Kollege im Blauen. Heute geht es um diesen VR-Brillen, Streich, Prank, ihr kennt es vielleicht. Ich wollte den Tipp, es gibt wirklich auch Leute, die das machen. Ich habe schon mal gespielt, aber in real life macht das keinen Sinn. Ich habe wirklich niemanden gesehen, der ist in den Brunnen gesprungen. Echt? Ja. Ich habe gedacht, na, was hat denn der für eine Brille an, dass er den Schild nicht gesehen hat. Okay, cool, ihr seid gut drauf, ne? Nein, ich habe eigentlich eher gesagt, wie gesagt, ich hatte immer die Erfahrung, dass jemand das wirklich mal gemacht hat. Und es gibt wirklich Leute, die sind so, wenn sie zum Beispiel mit meinem Bruder sind, die setzen das auf und laufen durch die Wohnung herum. Wo man sich so denkt, okay, kann ja sein, man weiß ja nicht, was ein Jumpshot rumläuft, deswegen. Alles klar, Mädels, gell? Ciao. Ciao. High five. Ciao.